Hallo, ich bin die Elena. Ich freue mich sehr, dass ich heuer für die neuen Sportlerwahl nominiert bin. Ich bin Langstreckenradfahrerin und habe 2021 eine super coole Saison erleben dürfen mit ein paar Protestplätzen und einem Vizestaatsmeistertitel. Wenn ihr mir eine Stimme geben wollt, würde ich mich sehr freuen und sage schon einmal Danke. Bis zum nächsten Mal.